So und ich würde sagen, ich würde sagen, dass wir unter die Betten Wolle reinziehen, also so einfach als Teppich gedacht, ist doch gemütlich, wenn man dann aus seinem Bett so aussteigt und dann, ja vor allem aussteigt so als ob man, ja, ja, ihr wisst, wenn man aus seinem Bett halt aufsteht, dass man dann so auf so einen Teppich tritt und nicht auf, äh, nicht auf so einen harten Holzboden, wobei Holzboden ist ja eigentlich auch nicht, nicht so schlimm, aber so ein Steinboden oder sowas, das wäre jetzt nicht so nice, ne, das ist schon, so ein Teppich ist ja doch schon was Feines. So, jetzt haben wir ein bisschen Teppich und, ja, was, was lässt sich hier noch machen? Ich glaube, wenn wir die Decke reingezogen haben, dann sieht das Ganze hier sowieso nochmal ein bisschen anders aus, aber wir haben wenigstens schon mal etwas. So, die Leitern kommen hier auf jeden Fall auch weg, ja, egal, die, die bleibt ja jetzt einfach oben, erstmal so hier kann man, was, was kann man hier eigentlich noch machen? Man kann theoretisch so Regale hier reinziehen, so, das ist jetzt so ein Eckregal, ja, also ihr seht das hier, kann man da so Sachen reinstellen und, ja, das soll auch cool aussehen. So, jetzt, sonst, sonst, sonst habe ich keine Idee. Hier, was kann man hier noch, äh, kann hier noch ein Bild vielleicht an, ah, keine Ahnung, wir gucken einfach mal später. Es wird wieder Zeit, unsere Schafe zu besuchen. Unsere guten Freunde, die Schafe. Und es wird auch Zeit, mal wieder ein bisschen Brot in sich reinzuschieben. So, wir haben ja wieder seit zwei Tagen nichts gegessen. Mache ich auch immer. Ich esse nur alle drei Tage. Wow, das, das sieht noch voller aus. Ah, das sieht doch mal ordentlich noch voller aus. So, wo ist denn hier? Hier ist unsere Schere. Lass mich rein. Jetzt wird wieder rasiert. Jetzt, es gibt so eine ordentliche Rasur hier. Dü, 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 und das war's schon. Das war's schon, das war's schon. Aber Gras scheint hier, ja, scheint hier genug zu sein. So viel fressen die anscheinend jetzt auch nicht. Ja, das ist super. Und wir haben doch noch, okay, drei Weizen. Das bedeutet, ja, das war ein Brot. So, okay. So, mehr Weizen habe ich nicht. Sorry, tut mir leid. Vielleicht morgen wieder. Und da hinten ist wieder beim Leuchtturm diese Anzeigefehler, dass es so dunkel wird darunter. Ich weiß immer noch nicht, woran das liegt, aber... Ja, 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 ja. So, und wie viel haben wir denn jetzt? Oh, 15. Krass, sogar mehr als das letzte Mal. Die Tintenfische? Ja, nö, das ist... Und ich wollte... Na, ich hab ja kein Weizen. Und ein Feld. Genau, ich möchte mir nämlich noch ein Feld anlegen. Beziehungsweise eigentlich sogar von den anderen Ressourcen, so, hab ich auch Bock, mir so Felder anzulegen. Drei Steine. Ne, wir brauchen gar keine Steine, sondern wir brauchen... Wir haben ja immer noch hier das Problem mit, äh, ne, dieser Lücke. Aber ich hab grad die Ressourcen mal wieder nicht, außer in der Kiste. Oh, doch hier. In der Kiste haben wir noch ein paar Steine. So. So. So, 32. Okay, hier ist keine... Eine Kohle ist hier gut. Das reicht für ein bisschen. Also, das reicht auf jeden Fall, um unsere Lücke da zu schließen. Das ist schon mal gut. Und... 15 Wolle haben wir. Okay, sehr gut. Etwas kommt weg. So, die Spitzhackel kommt weg. Und wir haben hier auch noch gar keine Beleuchtung, merke ich gerade. Ich weiß nicht, wie... So. Wenigstens etwas. Hier vielleicht. Ja, jetzt war's das eh mit den Fackeln. Und... Ne. Wir... So. Draußen. Draußen. 15 graue Wolle. So. 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 Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und das war's schon wieder mit der grauen Wolle. Also, ihr seht, das ist noch ein ordentliches Projekt, was wir hier haben. Nur mit dem Dach. Aber ich meine... Guck mal, wie viele Blöcke sind das. Das sind ja 1, 2, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oder... Das sind über 10 Blöcke. Wahrscheinlich so 12, 13 Blöcke. Oder 4... Mit dem Überhang sind das locker 15 Blöcke. In die Richtung auch nochmal fast 15. Also, das ist auf jeden Fall über... Das sind über 100 Blöcke. Wahrscheinlich sogar an die 120. 150 Blöcke, die wir brauchen. Und das bedeutet, die Schafe müssen ordentlich was leisten. Aber so ist das. Und es wird schon wieder dumm... Mann, ey, das geht hier echt schnell. Okay, das heißt, ich würde vorschlagen... Boah, ich... Eigentlich sollte ich schlafen gehen, aber... Dieser Zaun muss hier weg. Den Zaun, den können wir eigentlich auch gebrauchen. um unser Gelände da gleich hinzuziehen. Das können wir eigentlich auch machen. So, so, so... Oh, und... Das Schaf. Na? Hallo? Wie heißt du denn? Wie? Schaf? Du heißt Schaf? Das ist aber ein komischer Name. Ja. 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 So. Komm, nee, ich... Ich gehe schlafen, sonst... Gleich habe ich wieder den... Creeper direkt hinter mir. Oder die Spinnen... Fliegen gleich hier in unser Haus rein. Und irgendwie mache ich mir gar keine Sorgen mehr darum, dass plötzlich irgendwas in unserem Haus sein könnte. Das Diamantenschwert ist kilometerweit entfernt. Also, im Rucksack drin. Dann stellt euch mal vor, ihr seid unterwegs. So, irgendwo in einem Wald spazieren. Unterwegs. Auf einmal merkt ihr, da greift euch so ein Zombie an. Und ist so auf einmal so direkt hinter euch. Also, so... So ein Meter hinter euch. Kann euch eigentlich schon so fast berühren. Und dann müsst ihr noch in euren Rucksack reingreifen. Euer Schwert da rausholen. Und dann könnt ihr erst so zuschlagen. Ja. So, äh... Ich wollte doch das Feld. Ich wollte das Feld. Das Feld. Miertenholzzaun. Und das wollte ich auch. So. Birkenholzzaun. Und hier... Bin ich mir noch nicht sicher, wie weit das geht. Und... Das... Das Feld. Das könnten wir eigentlich hier, auf dieser Seite... Doch. Dafür... Vielleicht... Ja... Ja... Das bin ich gerade am überlegen. Dafür müssten natürlich die Bäume hier weg, damit wir ein bisschen Platz wenigstens haben. La 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 la... Und, 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 und... An dieser Stelle, ich muss... Also, ich bin ja wieder ein bisschen am Vorproduzieren gerade. In dem Moment, wo ich diese Folge jetzt gerade aufnehme, also jetzt bei mir ist es gerade Sonntagabends, ist erst die Folge... Welche Folge habe ich denn eben hochgeladen? Folge 48, glaube ich. Das heißt, ich kann höchstens auf die Kommentare eingehen, die in Folge 48 geschrieben wurden. Alles, was danach geschrieben wurde... Ja... Das weiß ich bis jetzt ja noch nicht. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Wenn diese Folge hochgeladen ist, dann sind natürlich schon wieder einige neue Kommentare verfasst und so weiter. Alter, aber auf die kann ich ja eben jetzt noch nicht eingehen und... Alter... Ach, Mann, ey, irgendwie... Ja, ja... Irgendwie habe ich es nicht so mit den Creepern, weil ich bin auch so unoffen. Ja, aber wieso... Leute, das Mysterium-Insel geht weiter. Es sind doch lange nicht alle Rätsel gelöst. Ja, ja, ja. Ja, also, Kommentargeschichte, so... Ich hoffe, das war verständlich, ist abgehakt. Ich versuche natürlich, auf alle Kommentare einzugehen. Ne? Geht natürlich nicht immer. Manchmal sind auch so ein paar Kommentare vorbei, wo ich mir denke, so... Ja, okay. Oder... Ja. Ihr könnt ja mal selber meine Kommentare durchgehen. Dann werdet ihr auch den einen oder anderen finden. Wo man sich denkt... Ja, da habe ich jetzt auch nicht wirklich was von. Oder so informativ ist das jetzt nicht. Oder dann gibt es ja auch einfach Kommentare wie... Cooles Video oder... Keine Ahnung, mal wieder coole Folge und so. Das ist cool, wenn ihr mir solche Kommentare schreibt. Macht das weiter. Aber, ich meine, da kann ich ja jetzt auch nicht wirklich drauf eingehen, außerdem zu sagen, danke. Und ich bin wirklich dafür dankbar, ne? Wenn ihr mich dafür lobt und so, das ist cool. So, und ich... Was wollte ich jetzt? Eine Hacke... Habe ich... Ja... Eine Schaufel. Ich wollte mir eine Schaufel machen. Ich habe zwar noch eine... Aber... Das wird nicht reichen. Und ich habe kein Cobblestone. Kann man auch normalen Stein nehmen? Nein. Ja, so. Hier Cobblestone. Auch nicht normale Steine. Ach hier, Eisen. Das ist doch auch okay. So, dann machen wir erstmal die Steinschaufel kaputt und dann hauen wir mit dem Eisen auf den Putz. Beziehungsweise dann auf die Erde hier. Die Erde wird beerdigt. Ja, ne. Ja, okay. War schlecht. So, nee, 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 die Fläche, die kommt hier erstmal weg. Dann den Eimer mit Wasser, den haben wir ja auch am Start. Und dann machen wir uns hier so ein schniekes Feld. Das ist doch das, was die Seele möchte. Ja. So, und damit ist die Steinschaufel kaputt. Und die Eisenschaufel muss dran glauben. So, 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 und wir haben wieder ordentlich Erde angesammelt. Feinste Blumenerde. Zum Preis von 5 Euro. Der Quadratmeter. Kubikmeter, ja. So. Reicht das denn für ein Feld? Und, 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 und. Werden Felder auch von unterirdisch bewässert? Also, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also, wenn man jetzt, sag mal so, hier jetzt Wasser einsetzen würde und dann hier drüber die Erde hinsetzen würde, ob die Felder dann bewässert werden? Das ist, das ist, das ist, das ist meine Frage. Ich schätze eigentlich schon. Hm. Weil dann könnte man sich diese Wasserdinger sparen. Aber ich glaube, es ist sowieso so, dass ein Block Wasser, so ein Wasserfeld, ich glaube, vier Blöcke in jede Richtung oder sowas nass macht. Ich weiß es nicht so, ich, ich fange einfach mal an, das Feld hier hin zu setzen. Und, und, und. Dann gucken wir mal weiter. So. Und, und. Untertitelung des ZDF, 2020